Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshu, äh, Stealth Assassins, und genau, äh, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir das erste Level abgeschlossen, und ich würde sagen, wir machen die direkt weiter mit dem zweiten Level, wir müssen, äh, Pläne zu First Goda bringen, äh, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, was für Pläne, aber ich glaube, das werden wir noch, ah, ist ja egal, Das werden wir noch rausfinden, was für Pläne, es geht um Samurais, glaube ich, genau, wir müssen die Pläne zu First Goda bringen, genau, ähm, Überbringer der geheimen Nachricht, okay, ah, da steht Wegmarkierung benutzen, aber brauche ich nicht, okay, ja, das werden wir tun, Rikimaru, das werden wir tun, ah, ja, okay, ich denke mal, wir müssen auf die andere Seite, genau, ja, ich habe jetzt den nämlich ein bisschen rumgetestet nochmal mit der Grafik, weil, äh, der erste Part ging irgendwie nur auf, äh, auf 480p, warum auch immer, ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell rendert, aber jetzt weiß ich warum, da ist ein Hund, okay, also die Hunde auch töten, ja, alles klar, machen wir, ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier nochmal im schönen Spiel hier, Tengshu, ne, und zack, genau, und richtig, wir sollen First Goda eine, einen Plan überbringen, ah, da hat mich schon wieder einer entdeckt, ey, man, wer hat mich da schon wieder entdeckt, wer hat mich da schon wieder entdeckt, jetzt mal ehrlich, das gibt's ja wohl nicht, hä, Hä, ne, in die andere Richtung, oder was, oh, die Mucke, ah, okay, okay, geh mal bitte da hoch, da fühle ich mich sicherer hier, so, danke, wow, wo ist der Typ, hallo, oh, geile Mucke, da, da ist er, okay, alles klar, oder ist das ein Buddy, Okay, ich weiß nicht, ob das ein Buddy ist, ne, zack, ich weiß nicht, ob das ein Gegner oder ein Buddy ist, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich soll einfach alle töten hier, da ist eine Ninja, ha, stopp, nein, 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 alles klar, geht zurück, Boah, wie geht die denn, ey, bisschen Hüftschwung, bisschen tanzen, okay, nein, ich wusste es, dass die sich rumdreht, scheiße, Mann, oh, blöde Tussi, Alter, scheiße, ich wusste es, egal, komm, was machst du denn da unten, hä, hallo, was machst du da, Oh, was macht die denn, hey, die kann ja richtig springen und so, krass, da ist die, oh, jetzt hat die mich schon wieder entdeckt, ne, jetzt mach ich dich so, jetzt geht's mir, ah, ne, okay, gehen wir hier rein, Ah, die Steuerung ist noch ein bisschen blöd, aber, ja, so, einmal, Moment, so, mal warten, bis sie sich beruhigt hat, und genau, jetzt entdeckt sie mich wieder, wa, das wär's ja, wo ist sie denn überhaupt, ist sie da rechts, hallo, hey, da ist die, okay, Dann dreh dich doch mal bitte rum, ey, das ist eine Frau, okay, ich verstehe, jetzt dreht die sich schon wieder rum, boah, ist das eine Scheiße, aber was hat die da, die hat auch so Gabeln wieder in der Hand da, oh, hau doch ab, Mensch, Die sind schneller als ich, ja, tut mir leid, da muss ich dich, da muss ich die so killen, ey, wow, noch einer, oh mein Gott, nee, jetzt muss ich laufen, jetzt muss ich laufen, scheiße, Oh, ich werd wieder voll oft entdeckt hier, alter, alter, nein, scheiße, Mann, oh, er rennt gegen die Wand, das ist gut, das ist sehr gut, nein, ja, natürlich, ey, ich krieg hier keine Stealth-Kills hin, was soll denn das, warum, warum, ist das so schwer, oder was, Ja, der kann nach oben gucken, oh, ist das, Mann, das fängt doch schon wieder blöd an, aber ich freu mich trotzdem, dass ich hier wieder mit euch Tenshu 2 spiele, äh, Tenshu 2, Tenshu spielen kann, Oh, was soll das, Mann, gibt's hier eigentlich einen Kill von oben, na, das, ah, ich kenn die Spielmechanik hier noch nicht, Yo, okay, aber er hat mich entdeckt kurz, scheiße, egal, ich hab ihn so gekillt, alles klar, Ah, die Mechanik hier ist ein bisschen langsamer als, ey, als bei Tekken, was ist denn jetzt los, hallo, okay, da ist die Frau wieder, alter, Die geht auch so eine komische Route irgendwie, hä, ich weiß nicht, was die, was die für eine Route geht hier, ja, natürlich, ey, jetzt gehst du mir aber wirklich auf den Sack, Jetzt gehst du mir aber wirklich auf den Sack hier, oh, ey, ja, wär doch alles ab, oh, Gott, oh, 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 oh Es war klar, dass wir hier wieder einer entdecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ich hab so Schiss. Oh, was ist das? Oh. Diese Frau regt mich so auf. Die regt mich so auf. Und der auch. Ey, was soll ich hier... Ey, nee, das ist doch ein richtiger Scheißstart jetzt gerade mal. Jetzt mal ehrlich hier. Versteck dich hier, bitte. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Die rennen dir überall nach. Oh mein Gott. Ich muss echt mal gleich meinen Heiltrank hier nehmen, ey. Was ist das für ein Schrott? Jetzt wurde ich hier echt fünfmal entdeckt? Bevor das Level überhaupt angefangen hat. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt jetzt nicht wahr. Wo ist dieser Typ? Da hat mich noch einer entdeckt. Boah, er hat mich da nochmal entdeckt. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Ja, egal. Da muss ich jetzt halt alle Leute töten hier. Da ist der Spasti. Und? Lass mich raten. Der dreht sich wieder rum. Der dreht sich wieder rum. Ey. Nee, das gibt's doch nicht. Als würden die wissen, dass ich da hinspringe. Als würden die echt wissen, dass ich da hinspringe. Oh man, Alter. Das ist doch schon schwer genug, ey. Wo ist diese blöde Frau? Die mich so abgefuckt hat eben. Wo ist die? Hier war das Tier, okay. Wo ist diese Frau? Irgendwo da. Moment mal. Geht er hoch. So. Alles klar. Wow. Äh. Wo denn? 73. Ach da. Da ist die. Da ist die Schlampe. Ja, da ist sie mich wieder entdeckt. Du regst mich richtig auf jetzt gerade. Endlich ist sie tot, Mann. So. Ah, geh doch weg, Mann. Scheiße. Oh mein Gott, er läuft nicht. Jetzt geh da hoch, bitte. Alter, das ist... Ich dachte, man könnte hier entspannt Teng Shu spielen. Da ist noch jemand. Ah, okay, okay. Ja, auf den Dächern auch gucken. Ja. Nein, doch nicht so. Oh. Alter, der hat mich schon wieder. Wie soll man denn hier Stealth-Kills machen? Halt dich bitte da unten fest. Nein, nicht so. Egal. Nichts passiert. Yeah, wie geil sieht das aus. So, dreh dich rum. Dreh dich bitte rum. Wie kann die mich sehen? Jetzt mal ehrlich. Wie kann die mich sehen? Wie kann die mich sehen? Ey, das... Ey. Können die... Die kann auch nach unten gucken, oder was? Boah. Voll anders als Teng Shu 2. Total anders. Aber es macht trotzdem Spaß. Auch wenn ich hier jedes Mal entdeckt werde. Aber naja. Die dreht sich auch nicht rum irgendwie, ne? Die schaut nur hier hin. Und links. Und jetzt dreht sich wieder hier hin rum, wa? Ja. Genau, so ist es. Ja, was soll man da noch machen? Jetzt dreht sie sich nach rechts. Okay. Aber die dreht sich nie ganz rum. Ah, doch jetzt, okay. Und schneller. Ah, nein. Ich will irgendwelche... Ne. Der geht nur von hinten. Das ist schade, aber... Ja. Man scheint nichts zu ändern, so. Hier ist keiner mehr, wa? Ah, doch. Hier ist jemand. Irgend... Ah, da! 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 Ist da links noch einer? Ne. Okay. Dann... Da. Aber man braucht sehr viel Geduld hier. Noch mehr als bei einem zweiten Teil. Ne, es gibt keine verschiedenen Kilkenposen. Es gibt nur den. Aber ist egal. Dein ist der nächste. Ah, ist eine Unschuldige. Alles klar. Ich habe verstanden. Ich rate jetzt. Entdeckt mich hier wieder irgendwer. Naja. So, hier ist nichts mehr. Ich würde sagen... Gehen wir mal hier lang. Hier hin. Das ist die... Die Unschuldige. Ja, ja. Warum, ey? Aber ich glaube, wenn Unschuldige einen sehen, das macht hier nichts. Ja, guck nicht so. Mensch. So, da rennt die. Ja, die guckt halt, ne? Guckt halt nach dem Gegner. Okay. Ey, wie weit kann die gucken? Jetzt mal ehrlich. Was ist das für ein Schrott? So, jetzt. Jetzt beruhig dich mal wieder. Ich tu dir doch nichts. Was sind das für Unschuldige? Ja. Beruhig dich. Hallo, beruhig dich. Ich gehe aber trotzdem schon mal hinten hin. Nein! Egal. Geh hoch. So, hier muss doch irgendwo noch einer sein, oder? Da! Da ist er! So, diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. Ich probiere gleich mal, was dieses gelbe Item da ist. So, und. Oh mein Gott. Ah! Oh. Nein, ich habe daneben geschlagen, ich Idiot. Oh, Mann. Scheiße. Fuck. Hä? Was ist das? Was war das? Scheiße, Mann. Ich habe daneben gehauen, ich Idiot. Und jetzt komme ich hier nicht. Doch. Oh! Was? 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 Oh, was? Ah! Was macht der? Alter. Ey! Ah! Ja. Ah, noch eine Unschuldige. Oh. Alter. Mann. Warum werde ich so oft entdeckt hier? Oh, was ist das? Ey, die können auch nach oben gucken. Ich verstehe es nicht. Mann, Mann, Mann. Kann ich jetzt noch überhaupt Großmeister schaffen? Ich weiß es halt nicht, ne? Da ist der Unschuldige. Okay. Oh, viele Leute hier. Viele Leute. So. Muss ich jetzt erstmal auf die Unschuldige achten? Oh, die ist richtig rum. Ah, ich sehe den halt nicht. Ich gehe runter, komm. Ja! Ah, es gibt doch... Alles klar. Es gibt auch den Seitenkill. Okay. Oh, die Unschuldige, oder was? Ah! Wo kommt der denn her? Ach Gott. Ey, nein. Nein. Nein, nein, nein. Ey, das ist doch blöd. Wir raten, er entdeckt gleich die Leih. Ey! Irgendwann hat mich wieder entdeckt. Ah, ist noch ein Hund. Alter, Schwede. Was ist hier los in diesem Level, ja? Ja, auf einmal entdeckt er mich, oder was? Ist... Ja, es ist auch richtig schwer, weißt du. Oh! Ich bin halt noch so gewohnt, dass... ...dass die nicht nach oben gucken. Hm.